Also, das sind hier Backfastbienen. Die züchten wir. Die züchten wir einmal wegen der Sanftmut, weil sie uns, weil dann einfach, die braucht man in der Stadt heutzutage. Dann züchten wir sie, weil sie wirklich viel Honig machen. Und diese Zuchten, die wir hier haben, sind speziell gezüchtet auf Hygiene und VSH-Verhalten. Das heißt, sie erkennen Milben, wenn da Milben im Volk sind und schweißen die dann raus und auch kranke Brut. Und wie sanft sie sind, das seht ihr hier. Ihr könnt sie wirklich küssen.